Microsoft Publisher Gestaltungsregel 5 Optische Achsen Natürlich muss ich mir das irgendwie fiktiv vorstellen. Ich stelle mir eine Achse vor, und zwar von hier oben senkrecht nach unten bis ans Ende der Seite. Das ist die eine Achse, und die andere Achse soll ein Z sein. Man sagt, Leser betrachten ein Blatt, ein Plakat in Z-Form. Also, es beginnt hier nach rechts, dann diagonal nach unten, und hier unten wieder nach rechts, wie ein Z. Das ist also meine Vorstellung. Im Moment muss sich an meinen Texten noch nichts ändern. Wir büscheln das nachher noch, wenn wir die Bilder eingefügt haben. Jetzt noch etwas zu Tabellen. Ich füge hier als Beispiel eine Tabelle ein. Ich gehe unter Einfügen, Tabelle, klicke hier drauf und habe bereits zur Auswahl, wie viele Spalten ich möchte und auch sofort wie viele Zeilen. Wenn ich jetzt einen Klick mache, erscheint die Tabelle sofort auf meinem Papier. Achten Sie darauf, dass die Tabelle nicht über den Satzrand hinausgeht, also nicht etwa hier über diese vertikale, fiktive Linie hinaus. Natürlich auch rechts nicht, denn das sieht nicht toll aus. Ich stelle das also links hin und ich kann hier unten, wenn ich ganz vorsichtig bin, mit dem Diagonalpfeil diese Tabelle einmal aufblasen. Ich mache sie so gross. Ich kann in der Tabelle eine Wand packen und diese verschieben. Achtung, hinten rutscht sie wieder über den Satzrand hinaus. Ich kann aber auch einzelne Wände wieder zurückschieben oder hier am Schluss das wieder zum Satzrand stellen. Also ich kann das wunderbar verstellen. Ich möchte nun aber nicht eine unsichtbare Linie. Ich möchte aber auch keine schwarzen Linien, wie das Word immer macht, sondern ich hätte gerne eine weisse Trennlinie. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich hier drin überhaupt eine Farbe einfülle. Also ich markiere die ganze Tabelle und fülle hier vorsichtig ein hellblau ein. Ich klicke wieder daneben, dann sieht man das hellblau. Aber jetzt ist das nur eine blaue Fläche, denn die Trennlinien, die bei der Markierung sichtbar werden, die sind zu dünn und die sollen zuerst einmal ein bisschen dick sein. Ich muss dann wieder hier auf Rahmen gehen und sagen, ich hätte gerne alle diese Rahmenlinien dicker. Jetzt sind sie sehr dick geworden, ich übertreibe im Moment. Und sie sind sofort weiss geworden. Ich könnte natürlich auch die Linienfarbe ändern, von weiss auf gelb oder irgendwie etwas, aber weiss ist eigentlich prima. Hier im Titel mache ich die Füllfarbe sogar noch ein bisschen dunkler, damit sich der Titel abhebt vom Rest. Ich habe das also markiert, Füllbereich, dunkle Farbe. Wenn ich daneben klicke, sieht man das sofort. Und ich kann nun hier einmal zum Beispiel Name, Tabulatortaste, Vorname, Tabulatortaste, Strasse, Tabulator und Ort. Sieht noch nicht so toll aus. Die Schriftfarbe muss natürlich auch weiss sein. Ich markiere wieder, gehe hier unter Start, Schriftfarbe, setze die Schriftfarbe weiss. Und natürlich kann der Text noch ein bisschen grösser sein. Also hier den Text grösser machen. So weit, so gut. Der Text soll nun noch besser gebüschelt sein. Ich gehe hier unter Layout und kann sagen, es sei vertikal zentriert. Ich könnte es auch noch horizontal zentrieren. Sieht nicht gut aus. Also ich lasse es links, aber vertikal habe ich es zentriert. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich kann nun hier unten meine Namen und Vornamen eintragen, so wie ich das möchte. Ich glaube, es sieht perfekt aus. Natürlich sind diese Balken hier jetzt ein bisschen zu dick. Ich mache die noch ein bisschen schöner, gehe nochmals zu Entwurf, nehme diese Dicke wieder ein bisschen zurück, sage hier zwei Punkte, natürlich wieder hier ein Klick. Überall soll das angewendet werden. Alle Rahmen. So. Ich glaube, das ist einigermassen brauchbar. Und doch brauche ich die Tabelle im Moment nicht. Ich stelle sie auf die Seite, denn das war nur ein Beispiel. Und nun sehen Sie sich die Gestaltungsregel 6 an im nächsten Film. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.